herzlich willkommen zu einer neuen folge fortnite heute werde ich euch meinen spinn vorstellen beziehungsweise die skins und backpacks die ich habe der restlichen items als spitzhackengleiter und contrails und dann nochmal emotes und lackierung werden in einem weiteren video folgen jeweils in einem weiteren video einmal spitzhackengleiter und contrails und einmal emotes und lackierung werden dann in weiteren videos folgen damit das ganze nicht all zu lang wird ich würde mal sagen wir beginnen ganz unten mit den outfits mit den skins mit den grünen skins dort habe ich einmal die world cup kämpfung vom world cup 219 die wird ja nie wieder in genau dieser form in shop einkommen weil sie wirklich exklusiv für world cup 219 ist und da ist auch fortnete wer keine kooperation mit einem anderen partner macht wird es dementsprechend den skin auch wahrscheinlich so nie wieder geben nur dann in anderen versionen als world cup 220 dann habe ich den in schwarze skin ist nice skin glühwein agenten ebenso boxing stop auch nice diese grünen skins gefallen auf jeden fall nicht zu breit kann man normal mitspielen sehen ein bisschen schwitze ich aus ehemals so klassische arena skins und für 800 wie wachs lohnt sich das auf jeden fall wir wollen die meisterin ist auch nice finde ich auf jeden fall in aufpreis natürlich hätte ich schon gefunden wenn der auch 800 wie es kosten würde aber ich finde dass es auf jeden fall für den skin geht und ich finde die farben super nice vom skin ja gefällt mir auf jeden fall dann habe ich die schädel rangerin die war ja auch seit halloween 2018 nicht mehr im shop drin kam damals ja das erste mal raus hat auch zwei ziele wobei ich eigentlich nie das grünes glühlen nutzen würde sind immer das weiße weil es besser aussieht dann habe ich die fußball die flankieren aus dem fußball set ich glaube jeder hat irgendeinen fußball skin im spinnt und da die meisten ja diesen anderen grund skin haben darunter wollte ich extra ein haben der nicht dazu gehört und ich finde die immer auch super nice so wenn ich sogar besser als die andere hier kann man hat meine super viele auswahlmöglichkeiten verschiedene nummern und alles äh ist auf jeden fall nicer skin lohnt sich auf jeden fall den zu kaufen für 1200 auf jeden fall lohnt sich das dann habe ich den fischstäbchen skin hat ja mittlerweile schon vier stile world cup einmal den vr stil aus diesen neun den piraten aus diesen acht und klassischen glaube ich aus diesen sieben ist ein nicer skin kann man sich auf jeden fall kaufen hätte ich euch auch wirklich empfohlen wenn der wieder im shop kommt er spiele ich auch immer wieder dann der sowie skin aus diesen vier aus dem bett was damals war mein zweiter skin den ich hatte da ich diesen vier meinen ersten battle pass gekauft hatte dementsprechend damals relativ häufig gespielt allerdings eben halt nicht allzu besonderes mehr dann der yonder skin der jetzt in season 10 dazu gekommen sind mit super vielen verschiedenen auswahlmöglichkeiten vor allen dingen pures gold gefällt mir der ja mit dem mit den challenges reinkommen wird der aber ich glaube morgen reinkommen hier auch ganz viele verschiedene auswahlmöglichkeiten mit helm und krone sieht auf jeden fall nice aus mit einer elegant und einmal flair sieht super nice aus das gehen gefällt mir auf jeden fall deutlich besser als hier erstvariante von dem skin dann der x meister ist irgendwie nicht allzu besonders finde ich definitiv den donna deutlich besser wegen skin hat auch drei stile ist aber auch nichts besonderes battle pass skins das waren als battle pass skins hier die meisten jetzt allerdings sommer skin die ich mir im shop gekauft habe und zweiter unendlichkeits skin ist nice skin finde ich ziemlich speziell hier mit den linien streifen sieht das cool aus hier die ganze haut animiert hier auch leicht die streifen haben leichten effekt sieht auf jeden fall nice aus hat sich meiner meinung nach definitiv gelohnt dann der trock skin finde ich mit der zweiten variante tatsächlich auch noch mal ganz nice habe ich dann auch noch mal das öfter gespielt in season 7 der tomato hat den habe ich mir auch gekauft ist schon lange ich habe ihn mit glaube ich damals als es noch tomato town gab habe ich mit den skin gekauft beziehungsweise ja genau als als dieser zweite stil rauskam also als dann aus tomato town tomato temple wurde habe ich mir gekauft brauche ich auch nicht könnte ich mal wieder das öfteren spielen haben immer verdammt wenige den skin deshalb finde ich auch ganz schön etwas besonderes zu haben was nicht jeder zweites spielte technik finde ich tatsächlich auch ein super nice skin ähnlich wie jonda spiele ich den immer wieder richtig gern dann die klassische technik dagegen ist irgendwie nicht als nichts als besonderes eben halt auch aus diesen vier ja ist aber wie gesagt nichts wirklich spezielles dann der stratus skin mit der roten variante noch mal ganz nice ist jetzt nichts besonderes ja man kann jetzt zwar mini klein auf dem display hier die so sehen allerdings ist das irgendwie auch nicht wirklich so hilfreich und da reaktiv ich glaube da achtet oder so keiner drauf dementsprechend irgendwie nicht wirklich gut dann der strampler skin mit der zweiten mit der blauen variante war noch ganz in ordnung aber die standard variante finde ich irgendwie komplett kacke deshalb finde ich den skin an sich ziemlich schlecht die sonnige retterin ist jetzt auch irgendwie ziemlich schlicht gehalten nichts als besonderes lohnt sich nicht der sergeant winter finde ich auch von den von den ganzen proportionen allein schon mit diesem muskulösen arm irgendwie ziemlich strange er finde ich passt irgendwie einfach alles nicht zusammen ja ist einfach nicht wirklich ein guter skin gibt es deutlich bessere charlie dagegen ist ein nicer skin ist ja immer so ein bisschen show und der skin weil er immer ziemlich strange aussieht er hat immer nichts mit so normalen skin zu tun finde ich aber trotzdem immer ganz nice der skull trooper den habe ich mir nicht nur wegen dem backpack gekauft weil der eigentlich noch ganz nice war dann wird es dann später auch noch mal werde ich euch das backpack dazu zeigen aber jetzt genau ich habe ich eigentlich fast gar nicht gespielt und ich habe mir immer der auch gekauft weil weil ich damals immer so einfach um besonderungen skin haben wollte obwohl die natürlich jeder kauft und wenn man es genie spielt ist ja auch am ende egal ob er selten ist oder nicht man muss sie nehmen wo es ihnen überhaupt gefallen dann hat der rotstreifen skin aus season 5 glaube ich war da ist ganz in ordnung jetzt sind ja auch gerade im item shop beziehungsweise gestern waren ja im item shop hier glaube ich die rennskins dieser weiß gar nicht genau heißt den drehzahl set waren glaube ich auch irgendwie auf jeden fall sehen ja so ein bisschen ähnliche aus ist ganz netter skin aber ich bin nicht ganz so der fan von solchen motorrad fahren dann rotkäppchen skin finde ich schön farbenfroh und passt ganz gut damals auch season 6 ja gefiel auf jeden fall damals im nachhinein gibt es natürlich jetzt viel viel bessere skins ähnlich auch bei der ruk die in season 5 drin war habe ich damals auch als herauskam als sie frisch hatte ziemlich häufig gespielt allerdings eben halt mit der zeit bekommen immer bessere skins dann spielt man so uns geht natürlich nicht mehr dann der rambock skin ist habe ich damals schon nicht gespielt es sei es gab eine challenge dazu habe ich ihn sonst nicht gespielt da war die ruk auf jeden fall deutlich besser dann der pulverschnee skin finde ich ziemlich strange mit diesen unglaublich dicken weint ansonsten sieht er ziemlich gut aus also wie gesagt irgendwie hier die dünne komplett dünne jacke und dagegen diesem dicken dicken beine und schuhe den kompletts strange aus finde ich dem jetzt schon ein bisschen misslung dann hier der der nachtschatten charakter und das gehen ist neister skin sieht so ein bisschen schon aus wie so ein ninja kommen sie auf jeden fall da kann könnte ich auch mal wieder das häufiger spielen dann der meister schlüssel skin ist ganz nice vor allem in der weißen orient ist ziemlich cool aus könnte ich auch mal wieder häufiger spielen sieht ganz nice aus auf jeden fall dann kriegsfalke ist wieder ein schlechter skin der klapperschlangen skin ist finde ich nur in der finster variante cool in der normalen variante ist ja jetzt nicht allzu cooles aber wie gesagt in der finster variante finde ich den definitiv nice dort kommen in definitiv spielen dann der jägerin skin ist ganz nett auf jeden fall aber damals damals war auf jeden fall nice aber mittlerweile finde ich irgendwie nicht mehr als besonders gruppenanführer irgendwie auch nicht wirklich nichts wirklich besonderes gruppen stürmer damals als 5 euro paket skin auch nichts besonderes dann die funkel meisterin finde ich ziemlich cool vor allem diese unmenge an verschiedenen kleidung beziehungsweise farben wie es dort ja heißt vor allen dingen hier die beiden farben oder varianten finde ich ziemlich nice finde ich auf jeden fall cool den skin spiele ich auch immer wieder der ewige reisende dort freue ich mich schon wenn ich die beiden anderen varianten ab ich musste noch die sturm raser prestige mission abschließen und dann die missionen die am dienstag rauskommen werden dort kann man sich das freischalten und in den varianten finde ich das auf jeden fall ziemlich cool und ja auch mit allen verschiedenen stufen sieht das ziemlich cool aus mit der goldenen variante allerdings ebenso auch mit der blauen variante sieht eigentlich ganz weiß aus darauf freue ich mich auf jeden fall schon dann der emma skin finde ich in beiden varianten ziemlich cool spiele ich auch immer wieder ist definitiv gut gelungener skin düstern ist ich finde die farben irgendwie ziemlich hässlich muss ich schon sagen ich finde es passt irgendwie einfach nicht dieses komplett ausgewaschene gefällt mir einfach nicht der dj on das skin ist irgendwie auch nicht wirklich besonders finde ich farben sehen jetzt auch nicht als cool aus das beste an dem skin ist einfach ich hier der schöne rgb stripe am rücken wobei der ehemalte auch nicht wirklich gut leuchtet am geilsten wäre es noch wenn es das kind gäbe da wirklich so richtig schön rgb streifen drauf hätte das wäre einfach genau das für mich als rgb liebhaber dann der demi skin ist ganz nice in der blauen variante als nächstes noch der bunker jonesie damals war ganz nice als rauskam allerdings eben halt auch nur damals und jetzt ist es irgendwie nicht so ein besonderes ehemalt weil es ein ziemlich extravaganter skin war damals auf jeden fall nice dann aufgesattelt skin ich mag den den no skin charakter an sich schon nicht dementsprechend ist das kind an sich ziemlich schlecht dann der ace skin war damals ein 5 euro paket gehen und beziehungsweise starter pack skin finde ich tatsächlich ziemlich gut von den ganzen start pack skins die es in der zwischenzeit gab war auf jeden fall einer der besseren konnte man sich damals auf jeden fall gut kaufen dann hat sie nicht gern hat hier viele verschiedene varianten mit leuchtenden kallen ohne leuchtenden kalle ohne helm sieht ziemlich nice aus viele verschiedene varianten die man aussehen kann mit verschiedenen visierfarben und allem gefällt mir auf jeden fall schön viele verschiedene stile schön für abwechslung ist auf jeden fall nice dann ziel schlechter skin mit ich finde den ähnlich schon wie der besucher aus diesen vier einer der allerschlechtesten an alle einer der allerschlechtesten herausforderung skins die es bisher gab dementsprechend habe ich den auch eigentlich nie gespielt dann der wolf ist nice skin viele verschiedene möglichkeiten sieht gut sieht gut aus kann man sich auf jeden fall das kann man auf jeden fall sein oder auch noch mal mit spielen dann der waltführung skin finde ich auch cool die vor allem mit den leuchtenden augen sieht das nice aus dann der vollstrecker war auch eine challenge skin finde ich deutlich besser allerdings als den ziel skin dann vendetta ist ganz nett wobei ich finde es deutlich bessere skins in season 9 gab aber ist schon ein ziemlich guter skin dann baylor damals in season 4 habe ich den ziemlich viel gespielt bevor ich omega hatte weil wie gesagt sie sind hier war meine erstes die nur ich gespielt hatte dementsprechend habe ich damals eben als eine wenigsten wenigen skins ich hatte ziemlich häufig gespielt denn der ultima ritter rein theoretisch nice skin allerdings ist er irgendwie ziemlich ziemlich breit vor allem in der variante hier so geht das noch irgendwie einigermaßen aber mit der ultima mit dem ultima stil hier wo dann überall noch patronen kurt und so drauf drauf ist ist ja auch viel zu breit dementsprechend dort ein bisschen misslung dann der singularität scan finde ich auch wieder super coolen skin viele verschiedene möglichkeiten hier eben halt vor allem der drifts die gefällt mir dabei da auch nur ohne helm also entweder in der variante oder so zieht aber eigentlich ganz nett aus generell in der skin dann der sentinel skin ist ganz in ordnung ich finde in der dunklen variante geht er noch aber in der weiße für die ziemlich schlecht und der ist ja mal auch wieder ziemlich breiter skin dementsprechend nicht ganz gut dann der schwarzerd skin finde ich tatsächlich in den letzten varianten ziemlich cool hier sieht immer schön aus immer zu richtig schöner pirat kann sich auf jeden fall auch da kann man das ein oder andere mal spielen hier blaue variante und rote variante von richtig gut wobei auch die weiß ganz cool aussieht oder auch überhaupt an alle varianten sehen ziemlich cool aus kann man auf jeden fall spielen dann der wind skin sieht eigentlich auch ziemlich nice aus der rock skin hat gefühlt mir eigentlich noch nie klar kann man den auch wieder viel in vielen varianten spielen aber irgendwie gefällt mir das design nicht weil alles ein komplett wie so mit so einer glasur aussieht und komplett glänzt dann die rosige anführerin aus dem reti als reti welt skin ist nichts besonderes der ragnarok skin ist ganz nett habe ich damals auch gern gespielt allerdings wie gesagt immer nichts allzu besonderes dann habe ich als nächstes den omega skin wie gesagt damals als jeden freigeschaltet habe habe ich den dann auch zu häufig gespielt eigentlich ein bisschen schade dass ich immer jetzt nicht mal noch mal die letzte variante habe weil die immer noch ein bisschen besser aussieht als vorherige und natürlich auch noch die einzelnen farben ja habe ich immer nicht geschafft weil ich damals immer darum nicht ganz viel gezockt habe und eben halt auch noch nicht irgendwelche vorteile aus der vorherigen season hat weil ich damals nicht im bett pass hatte look skin finde ich auch super cool hier in den varianten was eigentlich hat er uns steht ich weiß gar nicht auf jeden fall hier in den letzten varianten sieht er ziemlich cool aus auch mit den ganzen verschiedenen stil wirklich verschiedene aussehen also da hat es wirklich viel abwechslung geboten sieht ziemlich nice aus der kriegsbemalung skin auch aus dem reti welt set dann hybrid skin finde ich nicht so cool der eiskönig dann noch ist auch ein mit verschiedenen farben der drift skin fand ich wirklich super super cool der hat mir damals richtig gut gefallen ich habe sogar eine maske damals in kunst gebastelt dazu sieht auch richtig cool aus dann der wissenschaftler finde ich ganz nett eigentlich den skin wenn er auch wieder dünner wäre weil er so unglaublich breit einfach ist man muss sich das mal vorstellen wenn man ja den skin so spielt auch wenn er hier vielleicht verschiedene möglichkeiten hat und der an sich auch ziemlich cool aussieht man kann einfach an dem skin nicht mehr vorbeischauen und damit immer nicht wirklich zocken und das dann nicht der sinn eines vernünftigen skins dann der gefangene finde ich irgendwie nicht wirklich cool den skin der besucher ja ist irgendwie auch nichts allzu besonderes war eine ziemliche enttäuschung dafür dass so ein mystery skin war dann der deadfire skin gefällt mir richtig gut auch mit den verschiedenen reaktiven varianten sozusagen die dann upgrade wenn man länger im match spielt sieht ziemlich cool aus dann der katalys drin im prinzip der weibliche drift sieht auch ziemlich cool aus vor allem hier die weiße variante gefällt mir ziemlich gut beziehungsweise schnee staunen wie sie ja hier heißt dann noch der k-arbeit skin finde ich irgendwie nicht wirklich cool ich das belastende war damals hat mir irgendwie 1000 ep noch gefehlt bis level 65 und dann dann hatte ich an dem moment einfach kein bock mit noch weiter zu zocken ist oder so irgendwie nicht allerbeste skin gibt es deutlich deutlich bessere mittlerweile dann keller mit ihm damals auf jeden fall häufig gespielt der variante hier oder in der sieht eigentlich ziemlich nice aus finde ich ist auf jeden fall gelungen dann blingereller noch als letztes ist ganz nett eigentlich das skin ja dann kommen nun zu den backpacks ja ein bisschen schneller durchgehen einmal der fahrtranzen dann kampfkranz dann einmal die gummiente der stern schub sternen schubberg pack aus dem sonos von den sonos challenges dann hier standausführung aus diesen vier startliga turnista aus diesen drei glaube ich dann der smoothie dann als nächstes noch salzwasser turnista vom fisch skin den tatsächlich relativ wenig spiele ich finde es gibt so manche backpacks also ich werde auch nur etwas zu den backpacks sagen die wirklich gut sind dann ja präzision als 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 backpack viel zu groß glaube ich damals aus season 3 oder sie ich glaube das was sie sind zwei das was sie sind drei und das war es sie sind zehn genau irgendwie so in dem dreh dann das kristall lama von denen wie ist wie ist das event das der raub genau raubzug event daraus kam er konnte man das daher kommt man es kommen ist ganz nettes backpack dann kobra backpack dann das banner schild wenn ich nur irgendein heißen banner findet dann ist es auf jeden fall ganz nice zu manchen skins passt auch definitiv ganz gut und für 400 bbox hat sich das auf jeden fall gelohnt dann vom von der volume meisterin das backpack der wuffel als gefährte dann wellenform als backpack das so extrem hell ist what the fuck dann als nächstes noch trophäennetz ein stöckchen dann sternglanz finde ich ziemlich gut eigentlich zum skin passt auf jeden fall zur funkel meisterin dann sprühe bündel finde ich eigentlich auch ganz nice das backpack passt hier mal auch gut zum zur tilt zum tilttechnik skin dann das sportboard wo es ja verdammt viele varianten gibt passt auch zum einen oder anderen skin der so ein bisschen freestyle mäßig ist spitzenklasse ist besonderes spielstrategie finde ich eigentlich ganz witzig für die älteren leute wahrscheinlich unter euch die das irgendwann noch aus der kindheit kennen gameboy ist sicherlich riesige nostalgie feeling ich hatte tatsächlich meine erste konsole beziehungsweise die mir nicht mal selbst gehört weil ich switch und die ist ja nun mal verdammt neu dementsprechend erkenne ich mich mit so nostalgie konsolen einfach nicht aus dann schuppige fährte schlawiner die scharlach klingen der rücken fährten leser eigentlich ganz nice und hier nochmal so eine gesamte übersicht auf der karte hat dann rostlaube da war es ja so in season 4 glaube ich gab es ein update was verdammt lange gedauert hat wo dann irgendwie die server glaube ich über fünf sechs stunden auf waren und das jemand als entschädigung und das backpack dann gibt es noch den remus gefährten jetzt tatsächlich ziemlich cool aussieht ich finde ich will für richtig cool dann finde ich richtig süß pool party und dann perfektes geschenk der nana umhang vom bunker jones hier oder vom charlie skin ich weiß genau wie ihm das gehört nach gut aus dem wikinger set das meiste portal das auch reaktive salz sich öffnet wenn mehr trönen tun öffnet der märchen umhang lama moneten der kibus backpack krimskram tasche und dann das cosmos cape was ich richtig cool finde ich finde das passt zu vielen skins war vom unendlichkeits skin und den ich euch vorhin schon gezeigt hatte hier von dem skin ist das ursprünglich eigentlich finde es passt zu vielen anderen zum beispiel die world cup skin hier oder auch volley meisterin passt einfach zu super vielen skins dementsprechend richtig nice backpack kizuna auch richtig cool katzen und so husky hunde mag ich einfach richtig gern sieht cool aus hamiris auch irgendwie ein witziger gefährte ich finde so ein deckwerk ist dann schon süß vielleicht jetzt nichts weil es ziemlich großes in arena zockt oder so dann die gotasche finde ich eigentlich auch ziemlich nice das geisterportal wie gesagt nur wegen dem geisterportal habe ich ja den sky trooper gekauft weil ich das eigentlich ziemlich nice fand ich wollte eben als sky ranger und eigentlich mit dem geisterportal haben war aber ziemlich dumm eigentlich dass mir eben halt für letztendlich 1500 v bucks ein backpack gekauft habe und ja dann der funker der festtags fratz eiswürfel backpack eil zustellung dann noch die düster schwingen die verdammt groß sind bei der way dann cape der nacht sieht eigentlich ziemlich cool aus als ich finde es ein ziemlich nice cape und dann der kamo der kamo backpack dann hier klein kevin der auch ein kleines upgrade bekommen hat das jetzt so ein bisschen leuchtet sieht jetzt eigentlich auch ganz cool aus dann das wolfsrudel backpack als schwert finde ich ziemlich nice spiele ich tatsächlich zu ziemlich vielen skins als nächstes die valkyren schwingen finde ich eigentlich auch ziemlich nice wobei die immer ziemlich groß auch wieder sind vorhänge schloss eine vergeltung mit vier verschiedenen farben verfolgungs backpack aus dem rette die welt set dann der unterjocher sternwoge finde ich tatsächlich vom wissenschaftler ein ziemlich nice escape beziehungsweise backpack finde ich deutlich besser als den skin selbst als zumindest wer jetzt größte immer vom skin ich werde er auch ziemlich nice dann meuterei der kolonie turnister der kettnis steine vom dead fire skin hotwing dann hohes kaliber vom blinkreller set der höhenmesser dann und die goldmarke der geplenkel auch aus dem rettet die welt set der frostschleier ist ein nice aspect ein nicer umhang löschenes licht eismantel finde ich auch ein ziemlich nice backpack dann hier elem also elem vom vom ziel skin dann atmosphäre hier vom drift und davor immer noch mit daran backen die meisten backpacks ziehe ich nicht ganz so oft an aber wie gesagt so manche backpacks die ich immer richtig gern mag das war es dann mit dem heutigen video war ziemlich lang 25 minuten ich hoffe es hat euch auf jeden fall trotzdem gefallen schreibt mir ein feedback in die kommentare und dann bis zum nächsten video ciao bis zum nächsten video